ich muss beim freien baum gucken wo sind freier baum ach so beim freien bauen nicht baum da ist doch eigener boden ist doch freis bauen da habe ich ja eigentlich genommen hier lochsäge experimentier du mal ich baue weiter könntest du noch einen loch holder da irgendwo hinbauen dann würde ich gleich auch loks sammeln options regrown trees machen wir mal schnell an because we can muss da ein baum ran war nicht wir brauchen sticks ohne ende deswegen nee was was ich hier gerade versuche zu bauen ich kann dir gleich ich bringe mal ein paar loks mit war da ja scheiße und hier kriegt den sticks noch her ohne ende ich hatte hier extra eigener boden aber das funktioniert halt nicht hier in den felsen ach mit er erinnere ich den modus okay das steht halt nicht da mit er drehe ich eigentlich normalerweise da kann ich drehen aber aber doch ziehen oder unten ist besuch übrigens ne bei mir hier unten die sind am wasser ganz unten ja ich bring schon mal loks mit ich habe auch keine ausdauer mehr wir müssen gleich noch eine bank bauen ich habe keinen trinken wieso habe ich kein trinken okay jetzt hatte ich trinken wo hast du den das geboren brauchen wir jetzt keine loks mehr ich lege die mal hier hin ja leg die erstmal hin ich bin bin doch am plan ich bin noch am plan musste foundation bauen okay also muss ich doch ein fundament bauen weil ich dachte du hättest hier schon naja oder sitze gegangen an die da unten ist so einer und auch einer den lockholder mache ich dahinten aber ich glaube er hat hier keinen platz mehr nein na toll so war das nicht geplant scheiße ich habe mal da ich habe meinen meinen durch weggeschubst zweiter lockholder 38 sticks holy aber die kriege ich auch noch zusammen hier ist übrigens ein dorf der anderen hier oben ach und da sind ganz viele sticks ich sammle die jetzt hier und die haben hier die haben hier super sachen ich raubte jetzt aus mach das da hinten sind auch noch sticks ok und kleidung ohne ende die besorge ich mir hier benzin ich habe ich habe ganz viel ich habe benzin gefunden und wow ach guck mal ich habe schon gleich mit jedoch nicht was hast du ach ok so acht sticks wir brauchen noch mehr sind die noch da so ich muss eine foundation bauen wo in meine richtung in meine richtung was wo ist denn deine richtung du da drüben weiß ich nicht die sind in einer anderen ecke ja ich bin ja nämlich sticks am gessern ach so ich bin ich voll ach gott ah ok 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 ich glaube ich verstehe es hast du auch hunger weil dann würde ich uns mal eben was kochen ähm ja ja warum nicht ok also ich habe es verstanden wir machen es noch mal ist aber ist aber hui ja also so essen ist gleich fertig sehr gut okay so auch nicht also das mit dem felsen ist zwar schön aber das essen ist fertig sehr gut liegt da oben ne na komm ja dann kann ich mir auch direkt hier bleiben jetzt sammle ich nichts mehr ist es schräg ne 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 ok also guck mal ich habe hier eine eine foundation gebaut das könnte ganz praktisch sein ja komm iss mal eben dein kram dann komme ich hier schlafen ok du willst ja bloß heier heier machen ne ne oh ok ich komme mach dich mal nicht so dick rutsch doch mal runter ducken durchlaufen so jetzt komme ich auch rein einmal speichern einmal schlafen da siehste geht doch ja aber die nacht ist noch gar nicht vorbei doch ist hell draußen ja ich habe wasser also hier in diesen in diesen senken kann man wasser sammeln ist das jetzt dreckig mal gucken ist schmutziges wasser ok es bleibt also schmutziges wasser und muss noch ja dreimal hintereinander war dann sie mal zu dass du das wieder gefix kriegst ja ich baue das feuer jetzt aber woanders hin so drei steine bräuchte ok eins zwei oh komm 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 äh hier ist gerade ein wildschwein durchgerast das ist nicht so schlimm so hast du schon hast du schon wieder ok jetzt hat er endlich ist da noch was ist natürlich klar dass der leer ist ach Mensch Schicki was ist denn ja finde ich nicht in Ordnung äh ich habe hier Essen reingemacht muss ich hier eine Stelle finden dann machen wir es hier da da so haben wir Wässer ja ich habe veraufweise Blümchen kann ich kochen warum auch nicht wo ist denn Essen ich habe hier nichts mit Essen bitte ich habe nichts zu essen nein da ist kein Essen drin ich habe jetzt einen Kochtopf drauf gelegt ja weil ich jetzt weil ich jetzt jetzt musst du kurz warsten ich brauche was jetzt habe ich Wasser warte so und jetzt nehme ich meinen Topf wieder mit ja aber Essen ist da nicht drauf ne hier ich habe noch was drauf gelegt hmm schade dass man seine Ressourcen nicht zurückkriegt ja wenn man da oben das Ding da abholzt ja noch ein bisschen Zunder wo ist das Essen Pazifist okay ist da wirklich Essen drauf ja warum wird mein Wasser nicht fertig hä ist da überhaupt Wasser drin ach ich glaube der Fisch ist im Topf deswegen oh warte mal jetzt halt ja oh endlich musst du noch mal Wasser holen ne ich habe genug warte mal geht das hier auch aber ich denke ich werde uns mal was zu essen besorgen oder hast du noch genug ich habe glaube ich noch ne Fleisch habe ich gar nicht mehr ne ich habe gar kein Fleisch okay ich gehe mal eben Essen holen ja ich mache mal hier noch ein bisschen Hacki Hacki ja ja so ich bin Holzfäller und mir geht's gut am Tag packt mich die Arbeitswut okay er ist Holzfäller und ihm geht's gut am Tag packt ihm die Arbeitswut ne das ist nicht dasselbe Ja gut. Kennst du dich, Monty Python? Doch. Aber sicher doch. Ja. So, ich hab jetzt ja da, wir brauchen ja bloß ein kleines Hütchen am Anfang. Ich hab da nämlich jetzt eine Foundation auf Anweisungen und Hinweisen von El Gerardo gebaut. Ja, da muss man auf Wände oder wir können dort einfach eine Hütte drauf bauen. Die steht halt bloß. Dann müssen wir uns nicht künstlerisch hier betätigen, sondern können uns einfach aus der schöpferischen Kreativität unseres Feenlein-Fieseschweif-Buches bedienen. Eine super Idee. Ja, find ich auch. Ich muss kurz warten, bis die Ausdauer nach oben kommt. Da. 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 Komm. 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 Wäre schön, wenn die irgendwo Schildkröten wären. Also auf alle Fälle ist hier ein Wildschwein. Okay, das hab ich jetzt verschreckt, weil gerade ein Baumstamm fast auf dem Wildschwein gelandet wäre. Aber leider glaube ich, hier sind keine Schildkröten. Bist du unten am Wasser oder was? Ja, ich suche hier, das wäre das einfachste, wenn hier Schildkröten wären. Aber es sind keine Schildkröten, oder wie? Nee. Leider nicht. So, die Elfte hab ich schon. Oh, Gegner. Oh, oh. Dann geh ich da mal nicht lang. Baumfeld. In der Ecke gibt's keine Schildkröten, sagt der Frank. Aber wir brauchen doch keine Schildkröten. Ja, wär aber besser. Wär einfacher. Wieso? Ja, wir gehen essen. Dann hier sind's Wildschweine. Ja, aber die sind halt auch aggro, ne? So eine Schildkröte, machst du klapp, klapp und ist platt. Er meint, aber in die andere Richtung gibt's Landschildkröten. Oh. Hier gibt's Koffer ohne Ende. Okay. Ich hab Baumharz gesammelt. Was auch immer man da mitmacht. Baumfeld. Du, du, du. Du, du, du. Okay. Was? Nice. Guck mal, hier hab ich jetzt einen Lizard gefangen. Was war das? Was war das denn für ein Geräusch? Das war ein Lizard. Ich hab ihn gefangen. Das war kein Lizard. Das könnte vielleicht einer mal werden, ja. Aber das war ja keiner. Achso, die Waffen kann man mit Baumharz verbessern. Was es nicht alles gibt. So, das ist aber nicht. Ist halt ein bisschen wenig vielleicht. Hier ist ein Haas. Oh, komm her, du Geiser. Ja, Mist. Hier ist Bären. So, also ich hab was zu essen besorgt, ja. Was denn? Ein wildes Schwein. Ja, ich such noch. Ich hab noch nicht die Hasen rumhoppen sehen. Wir müssen uns die Stelle aussuchen. Hier war ein Hase. Ja, dann Hasenfalle aufbauen. Zack, zack. Da muss sich der Lytander recht geben. Hier wäre vielleicht eine Hasenfälle sinnig. Jawohl, ja. Vollkommen korrekt. Knallhart analysiert. Maßnahme vorgeschlagen. Jetzt muss es bloß noch umgesetzt werden. Bist du ein Baumstamm zum Mitnehmen? Nein, bist du nicht. Ja, es hatte Kreislaufprobleme, mein Schwein. Das stimmt. Ich brauch ein bisschen Ausdauer. Leben am Limit. Wo bist du gerade? Wo tunst du rum? Oh, da am Strand ist gerade Besuch wieder. Schade, dass hier in diesen kleinen Seelein hier am Gefängnis... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ähm, Chiki? Ja? Wir haben hier Besuch. Sechs. Okay. Einer brennt sogar. Der Dobo kommt hinten aus den Wintern raus. Äh, muss ich zurückkommen? Oder hast du... Nee, die sind gerade vorbeigelaufen. Hoffe ich mal. Ansonsten muss ich mich irgendwie in eine Hütte verkriechen. Die ist ja im Bar, weißt du? So, ich hab ein Reh. Hat sich gelohnt, mein kleiner Ausflug. Ein Lizard und ein Reh. Ich kann eh nicht genug, äh, nicht mehr Fleisch, ähm, einsammeln. Ich häng's mal ans Trocken, äh, Dingin. Mach das, mach das, mach das. So, wir brauchen 32 Sticks. Ich hab 10. Och, die kichern sich da unten allen ab. Hörst du keuchen? Danke für den Hinweis. Ich glaub, die kommen jetzt gerade hoch. Du, Cheeky, die kommen gerade hoch. Ja. Hinter dir. Wo denn? Da unten. Oh. Jetzt sitzt du oben. Wo ist er? Wieso brauchen wir noch? Drei Loks, ne? Okay, dann holen wir uns die mal. Uh, 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 uh. Das ist aber dann nur der Boden. Dann müssen wir das Ganze doch immer, ne, anderweitig machen. Das ist ja kein Ding. Dann bauen wir da eine normale, äh, Kabine drauf, oder so? Genau, genau. Dass die da einfach draufsteht, ne? Und fertig ist die Kiste. Dann krieg ich auch endlich meinen Kronleuchter. Richtig, 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 richtig. Oh, nicht das... Hab ich das Feuer kaputt gemacht? Ich hab das Feuer kaputt gemacht. Warum? Ja, jetzt musst du zusehen, dass du es reparierst. Ich bin unschuldig. Ne. Aber eine große Kabine machen wir da drauf, ne? Ja, wenn du es meinst. Okay, ich muss, äh, ein Feuer, ein Feuer. Oder eine kleine. Also mir egal. Die große ist zu groß dafür. Dann müssen wir hier eine kleine hin machen. So, ich baue noch drei Steinchen. Da oben sind ganz viele Gegner. Schon wieder? Ja. So. Wo hast du denn das Feuer hingemacht? Ja, die, die Striche sehe ich, Frank. Äh, das baue ich, äh, rechts neben dem neuen zukünftigen Hauseingang. Ja, ich hab fertig gebaut. Okay. Okay, jetzt kommt wieder einer hoch. Zweier kommen hoch. Jetzt sind sie im Wasser unten. Hö, hö, hö. Einer säuft gerade. Von mir aus kann er da unten ersaufen. Ja. Ich bin dafür. Ja, ich auch. So, der Schicke bringt Holz. Sehr gut. Ich bring auch gleich Holz. Moment. Hm, warum hab ich schon wieder keine Ausdauer? Ah, ich sollte mich ausruhen, ne? In dem Klohäuschen kommt noch kein Kronleuchter hin. Das ist jetzt nur das verbesserte Klohäuschen von dem anderen Klohäuschen, damit wir, äh, ohne, äh, zu kuscheln und kriechend da hochkommen. Das ist jetzt nur der Versuch, ne? Und der sieht erstmal ganz gut aus. Ne, das wusste ich noch nicht mit unterschiedlicher Rüstung, unterschiedlichen Farbstreifen. Das wusste ich noch nicht. Geht das Ding hier auch mal kaputt? Ja, du musst jetzt wieder den Kaputt-Modus aktivieren. Ja. Sind die weg? Ja, gut. Dauert anscheinend ein bisschen, bis es dem Arsch ist. Wird ihr mich foppen hier, oder was? Wer jetzt genau? Der Vogel. Voll der Vogel, ey. Ne, der war, das war nicht gut hier. Die, 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 die. Bleib hier, Vogel. Ja, ich glaube, du hast den gleichen, wie ich gerade eben. Aber den krieg ich irgendwie nicht. Ja. Raumfeld. Noch nicht. Okay. Ausdauer alle. Baumfeld. Noch nicht. Also manchmal verstehe ich es nicht, weißt du? So ein dünnes Bäumchen, vier Stämme, ne? Und dann kommt dann wieder so ein dicker Baum, zwei. Das ist randomisiert. Ach so. Da wird schon stimmen, ne? Ne. So, vier noch. Zwei habe ich auf der Schulter. Aber ich finde die Location optisch hier veransprechender. Aber wie gesagt, die Geräuschkulisse, die, die, die fördert natürlich den Drang, ähm, den Hahn-Drang. Genau, aufs Pissoir zu gehen. Ja. So, jetzt haben wir gleich eine Unterkunft. Juhu. Speichern. Endlich. Haben wir eine hübsche Hütte. Ja, ich komme durch. Ja. Jetzt können wir auch, ey, es ist super, ist das. Bah, Wahnsinn. Hast du wieder, ähm, den Sperrschutz aktiv, oder? Äh, oh ja, warte. Ja. So. Achso, ich habe gar kein, kein Fleisch hier. Warte mal, ich muss mir ein Trockenfleisch holen, oder so. Ich habe, äh, zwei Fleisch, äh, draufgelegt. Ah, okay, okay, okay. Ja, die Location ist ja nicht weg, da können wir ja immer noch rüber. Ist eine, ich glaube, das ist, äh, Location gelb ist das, ne? Wo wir so schön auf, aufs Meer rausgucken konnten. Ja. Oh, das war schon abgelaufen. Okay. Gut, also ich bin wieder, ich bin wieder topfit. Das heißt, jetzt wird es gerade dunkel, Schicki. Wollen wir ein Nickerchen machen, oder? Ach, wie lange der geht? Ich denke mal noch, äh, dreiviertel Stündchen, weil? Ja, so. Ich muss mir nochmal eben was zu essen kochen. Ja, 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 ja. Und dann hole ich mir hier im Real Life noch was zu trinken. Steht's nicht neben dir, oder musst du's holen? Ich hab's leer getrunken. Oh. Deswegen muss ich was Neues holen. Aber das geht ja schnell. Wie jetzt am Boot, äh, spawnt immer neues Loot. Der Frank sagt, ähm, äh, im Boot, wo wir unsere erste Dings haben, spawnt immer wieder Loot. Joa. Naja, das ist... Speichern? Das ist ja hier unsere Hacienda. Das ist ja... Ich geh schon mal auf Sleep-Modus und bin sofort wieder da. Ja. Okay, nach jedem Schlafen geht das alles wieder da. Irgendwie ist es stürmisch draußen, oder? Aha. Die Gegner respawnen nicht. Also einmal tot, sind Gegner immer tot, oder wie? Oder wie darf ich das verstehen? Also draußen spawnen die immer neu, aber in der Höhle, wenn einmal erkundet und leer gemacht ist, ist es vorbei, ne? Ja. Sollte man doch schnell Futter machen. Okay. 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 Dann brauchen wir noch... So. Hallo, was ist passiert? Es liegt einmal was zu essen da oben für dich. Ja. Das wollte ich vielleicht jetzt zuerst tun, bevor ich nicht trinke, weil ich schon fast verhungert hier. Warum kriege ich hier kein Wasser? Haben wir nicht noch Wasser im Schildkrötenpanzer? Ja, doch stimmt, ja. Danke fürs Essen. Bitte, 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 bitte. Oh. Ja, soll ich dann... Wir müssen auf jeden Fall jagen gehen, weil... Du musst dich nicht einsammeln. Hallo? Ich kann das Essen nicht einsammeln. Warum nicht? Warte mal, jetzt. Jetzt? Verbrenn dich nicht. Wir müssen jagen gehen. Okay. So, warte. So. Und... So. Wasser getrunken habe ich auch. Sehr schön. So fit wie ein Tonschuh. Sollen wir jagen gehen? Ja, ich habe es gerade gemerkt, Frank. Ich habe das saubere Wasser abgefüllt und ja. Hallo? Ähm, ja, müssen wir auch. Und wir müssen noch Äste sammeln und so. Ja. Wir müssen dann noch einen Hasenkasten bauen und... So viele Dinge zu tun, so wenig Zeit. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Ich sammle derweil Stöcker. Hier sind auch Baumstämme übrigens. Ja, ich sitze gerade nicht Prio, weil wir brauchen Essen. Da hinten rennen wieder welche. Die hat's... Links von uns. Die hat's umsonst. Oder ist ein Lizard? Hier ist ein Baby. Hier ist ein Baby. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Vor allem, die sind für nix gut, ey. Nee, die können wir nicht kochen, ne? Ja, leider nicht. So, und hier war vorher was, oder? Nee. Also essenstechnisch nicht. Beete bauen und Blaubeeren anbauen, okay. Ja, ich hab genug Samen auf jeden Fall. Aber ich will ja Fleisch, oder? Warum liegen die Haie hier eigentlich rum? Da drüben ist einer. Äh, da hinten ist ein Gegner. Ja, können wir mitnehmen, ist Fleisch. Äh, also Knochen und so. Die läuft nur im Kreis. Tolle KI. Hä? Wo ist sie hin? Hinter dir. Hier sind ganz viele Hasenfallen aufgestellt. Sicher, dass das Hasenfallen sind? Ja, was sind das denn sonst für Fallen hier? Ja, das sind Krabbendinger. Ii, was ist das hier? Hm. Hier ist einfach mal nichts drin. Ja. Hm. Da hinten läuft irgendwas. Oh nee, das ist dieses unkaputtbare Biest. Hattest du mit dem schon Kontakt? Was ist das? Naja, die sind einfach, diese Biester sind unheimlich stark. Guck mal, wie viele Arme der schon hat. Ich hätte Dynamit im Angebot. Ich auch. Ich probier's gerade. Ich mein, mehr als sterben ist nicht, ne? Ja. Toll. Ah, ich glaub, der ist direkt reingelaufen. Na, komm doch. Warum läuft der weg? Weil er umfällt. Er ist tot. Er ist tot, Jim. Oh nein. Oh, der Loot ist weg. Na toll. Toll. Na, super. Da ist er. Ja, deswegen ist er auch gestorben. Komm hoch. Du hast nicht so viel Luft, Mann. Ja, schlachten geht nicht. Der ist unten drin. Ja, ich kann ihn auch nicht ziehen. Seid blöd. Nein, der Bogen wird nicht ignoriert. Kann gar nicht sein, dass er ignoriert wird, weil ich hab's ja vorhin schon probiert, den Bogen zu machen. Also, was ist denn hier das mit dem ständig Ignorieren? Ja, wie? Oh, guck mal, da sind drei Gegner. Da soll ich die... Ich geh mal hin. Sollen wir die killen? Ne? Okay. Da. Federn. Wo sind denn Federn? Da. Ja, ich geh halt jetzt Essen jagen, ne? Mach du mal deinen Bogen. So, ich hab jetzt einen Bogen übrigens, ne? Kann man den Bogen noch abgrähen? Warte mal. Du kannst ja noch nicht mal mit der Steinschleuder umgehen. Handgemachter Bogen mit Licht. Oh, jetzt brauchen wir bloß noch Licht. Na klar, ich hab... Wer, 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 wer? Wie bist du denn drauf, Mann? Ja, ich hab das gesehen. Das war... Das war Mist, war das. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich hol jetzt was zu essen. Kann ja nicht sein, dass wir hier nur rumhampeln. Wieso rumhampeln? Ja. Du könntest ja auch einfach ein paar Vögel killen hier. Ne, ich baue da jetzt ein Beet hin. Dann mache ich da meine Samen rein und ist gut. So, Pflanzenbeet. So. Jetzt müssen wir das hier bloß noch ein bisschen ausrüsten. Wie war das? Ich muss hier auf den Rucksack. Und dann verbinde ich den mit dem Bogen. Und dann kann ich ihm... Kann ich ihm nicht einen Slot zuweisen? Ach so. So. Okay. Sechs Loks brauche ich dafür, alle klar. Wenn ich gut zähle... Okay. Muss ich mir merken. Wenn ich gut zähle, ein Schuss gegen der Tod. Sagt die Elscherado. Mit den normalen Fallen oder mit den aufgepimpten? Egal welcher, nur dann merke ich mir das. Ja. Wo ist denn hier mein... Wo ist denn hier mein... Da ist das Beet. Na, da wo der Hammer und Meißel da ist.